Das ist voll schön. Yo, ich möchte mit dir gehen. La, la, la. Hey, Kinders, ihr seid gleich dick. Junge, ich will Rubber Duckie in den Arsch ge- Level 1. It is a well-known fact that ducks can move with A&D and with space jump twice, once in midair. Ich weiß. Oh, wow. Schaut euch das an. Ich bin eine Ente. Klar zu erkennen, oder? Oh, scheiße. Verrück. Also, ich bin eine Ente und ich kann schießen mit einer Rainbow Gun. Und da sind kleine Ameisen, die auf mich zukommen und Papierschnipsel. Auch, äh, schwule Papierschnipsel. Das ist aber alles gar nicht tragisch, denn wir sind ja überhaupt nicht in irgendeine Richtung homophob oder sowas. Oh, shit. Die Musik ist so laut, wie alles eskaliert. Aber ich bin eine Ente und ich kann das. Ich bin nämlich die Rainbow Duckie. Oh, scheiße. Komm mal, die Feinde. Nein. Bin ich jetzt tot, oder was? Guck mal, ich habe 95 Coins. Wir könnten jetzt natürlich auch ein Krokodil sein oder eine rote Ente oder ein Irrgarten. Komm, wir nehmen den Irrgarten. Was ist das? Was soll das sein? Eine Taube oder was? Können wir das mal an? Oder ein Schneemann? This is the home of the teleporting penguin. Do they ever love piano? Aha, aha. Everyone knows, Rubber Duckie doesn't like to get cold. Okay. Ich bin aber nicht der Rubber Duckie. Ich bin jetzt jemand anderes. Denn ich bin dieser, äh, weiße Vogel. Ich kann nicht schießen. Okay, warte kurz. Ich darf diesen Schnee nicht berühren. Darf ich die Pinguine berühren? Äh, Leute? Alter, ist das Junge? Profis dich, Junge, ey. Ich will einfach hier stehen, weil ich cool bin. Oh, scheiße, Schnee. Ah! Nein, fuck! Es ist so schwer, wie ein Stück Coat schwer sein kann. Halt, jetzt kommen sie bestimmt. Fick. Okay, schnell weg. Ich habe noch zwei live. Kein Problem. Ha! Everyone knows they love rainbow guns and exploding bananas. Oh, shit. Okay, gut, gut, gut. Ich sehe es ein. Oh, shit, hätte ich es vielleicht noch lesen sollen? Ihr kennt mich alle mal. Ich mache euch tot. Ich kann auch ohne Gehör sprechen. Ey, wie soll ich das machen, man? Okay, okay, okay. Nach links. Das ist no chance. No problem for me. Tornadoes are a big hit with everyone. Ducky decided that going to the tornado would be a lot of fun. Okay, das macht wiederum Sinn. I'll bet the teleporting penguins will be there. Everyone knows they love tornadoes. Das habe ich letztens bei Natural Geographic gesehen, dass die Pinguine wirklich sehr gerne Tornados mögen. Kennt ihr diese Serie Tornadojäger oder dem Tornado auf der Spur? Das sind Pinguine. Why not go find a stretchy Yaksmack? Man, ich nicht weiß, was ein Yaksmack-Gag ist. What the fuck? What the fuck? I can fly around. Alle mal zur Seite. Alle mal zur Seite. Ihr kennt mich alle mal. Das ist mir gerade mal egal. Was muss ich hier machen? You can't hit me because I'm Britney and you can hit me double. Was? Ich bin aus dem Level ausgefallen. So was geht? Halt die Gosh. Sage mal. Ich bin behindert, Mann. Ich habe mich auch dupen. Guck mal. Also da haben sie aber nicht. Was hat ich mitgedacht oder was? Ah, diese Franzosenmusik. Ein Herz und eine Seele für den Damen. Ach so. Ihr habt ge... Oh. Moment mal. Minecraft-Welt. Okay, ich bin ja am Start. Aber hier ist Krokodil. Zum Beispiel den Tod. Alter, kommen die schnell. Komm, die schnell. Ey, Junge. Die kommen voll schnell. Das ist echt nicht cool. Aber die Waffe sieht so geil aus. Counter-Strike ist ein Scheiß dagegen, Mann. Vor allem kann ich nicht runterschießen. Das ist so fucking scheiße, Mann. Leg mich nicht an. Dunk dich. Ich fall hier runter, ne, wenn ich jetzt da rübergehe. Ich hätte all die Jahre laufen können. Mir sagt keiner was. Alles ist ja wohl gerade eine Mulle-Frechheit, ist das. Ich kann Sachen bauen. Ja, das habe ich gebaut. Das ist mein kleines Haus. Komm mal rein, du altes Ferkel. Nein, ich heiße nicht Klaus. Ich heiße Killer. Vanilla. Vanilla. Verstehe da? Ich kann immer höher springen, denn du bist ein Wurstkönig. Das ist voll schön. Jo, ich möchte mit dir gehen. Aber erst muss ich noch die Toilette versuchen. Versuchen. Guck mal, wie schön das ist. Ich habe dir in die Hose gepisst. Das ist echt unangenehm. Ich möchte deinen Hose. Moment mal. Moment mal. Ja, wo ist die nächste Welt? Muss ich die jetzt erst noch mit Bravour bestehen oder was? Dunkel, es ist dunkel. Waaaaat? You can hit me. Ja. Guck wie fertig ich aussehe. Aber ich bin noch recht fertig. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, ich muss was erstellen für euch. Ein bisschen Content-ish. Und mache ich dann auch. It has no music. But it does have a lot of spikies. Anyhow. Have fun at the digital place. So ungefähr sieht der Sprecher aus, wenn er das spricht. Weiß dann so. Anyhow. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, oh mein Gott. Keine Musik. Super. Wie soll ich jetzt so bitte ab... What? Ach, guck mal. Ich kann Waffen wechseln. Ich kann, ich kann Delfine. Ich meine... Alter. Ey, ey, ey. Ey, was passiert hier? Ich habe eine Kuh. Alter, wie geil ist das Spiel, Mensch. Ich hätte mal diesem Narrator zuhören sollen. The digital is off the hook. Gerade egal. Ich habe nämlich Banane. Es bringt sehr wenig. Es bringt sehr wenig diese Banane. Oh mein Gott, das ist geil. Genau, fucking Jets, because I've got a cow. Mo, 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 mo. Oh, fuck. Hier ist ein... Lift auf. 3, 2, 1, Zündung. Tschüss, Leute. Tschüss. Wir werden uns nie werben. Ö, 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 ö. Das ist der Fritzal von dem Krokodil. Du erzählst den ganzen Tag. Doch rauskommt nicht viel, man. Inhandlich ist dein Geseier für den Arsch. Deine dicke Verte, Mutter. Barsch. Yo, au, 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 au. Oh, au, 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 la, 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 la. Ist das schön? Das sieht aus wie irgendwas. Oh, Kinder, gell? Schön, dass ihr dabei wart hier bei dem Spaß. Macht's gut. Ja, läuft auch alles. Überhauptet ihr das aufgenommen? Natürlich nett. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.